Hallo und Willkommen bei The Walking Dead. So, wir waren fertig mit Episode 1. Und jetzt folgt Episode 2. Ja, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit der zweiten Episode von The Walking Dead bei Tavers LP. Was ist ein Geschirr? Und ich bin Carly. Okay, Carly, du wirst in mit Doug. Du hast es, Boss. Son of a bitch. One of them is bitten. Wir reden mit ihm. Mit dem bloody end of an axe-handel, vielleicht? Niemand threatens mein Junge. Das ist ein Geschirr. Bist du? Und ich gebe mir ein Schiff über was passiert mit dir. Aber wenn es mir was passiert mit meiner Frau oder die kleine Frau, die du mit dir hast... ...hah, du wirst dein Ass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja genau. Ich will sich entbünden, dann schieße ich aus. Ich verfehle nicht. Oh verdammt, verfehlt. Ja, warte, das geht nicht oder nicht. Nein. Ich weiß nicht. Vielleicht können sie helfen. Es sind vielleicht die gleichen Leute, die unsere Campen haben. Und wir haben das gar nicht entfernt. Was Leute? Warum ist da eine Beartrappe hier? Ich weiß nicht, Mann. Wer hat die Campen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Leute mit guns. Bitte. Wir werden dich nicht verraten. Das ist verraten. Wir müssen helfen. Bitte. Ben, shut up. Mein Vater hat Special Forces. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß nicht. 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 Wir müssen ihn weg. Oh Gott, danke. Okay. Aber wir müssen hurry. Hurry, bitte. Hurry. Lee, die Strap hat sich nicht verraten. Es gibt keine Latschen. Oh nein. Ja. Geist nicht weg. Aber nicht weg. Das ist schlecht, wirklich schlecht. Ist er? Ist er wird raus? Ist er? All that Flood und Scream? We're gonna be surrounded any minute. Let's go, let's go! There's got to be something we can do. Dammit, this is bad. Really bad. Just get me out, please. Why is this happening to us? He has to be now. All that Flood and Scream? We're gonna be surrounded any minute. Oh, God. Please save him. Oh, come on. Dammit, Lee just cut off his fucking leg. No, no, no. We don't have time for that. I'm sorry, but we have to go. Now! Ow. Lee, I can't keep him back forever. Oh, what? I'm just wasting ammo now. We gotta go. Oh, God. There's so many of them. Oh, God. Shit. What is he? He passed out. He's alive. Grab him and let's go. Behind you. Travis! Come on. Come on. We gotta move. Help! 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 Help me! No! No! Special forces. By the walking dead! Oh, man. Damn. Oh, man. That's the thing. Naja, die kommt doch gut vorhanden hier mit dem Zaun. Da ist doch hier gut was umgebaut, aber Strom glaub ich gibt's aber noch nicht. Das Kraftwerk ist inzwischen weg. Einfach ausgefallen. Dann zieh schon mal das Gewehr. Ein Pfiff, alle Gehüten. Ist ja wirklich was wie beim Militär hier. Geht die Gäte open, wir haben uns verletzt. Shit, was die hellen sie machen? Komm, komm, komm. Was ist das? Was ist das? Lee, sind Sie okay? Get ihn in der Trucke, ich sehe was ich kann. Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken. Lee. Ich weiß nicht. Lee. Was ist das? Was ist das? Du kannst nicht nur bringen neue Leute hier. Was denkst du? Hey, willst du ruhig sein? Hey, was ist das? Nein, ich weiß nicht. Ich wollte wissen, warum du denkst, dass du mehr Malice zu geben war eine gute Idee war. Er würde ihm sterben, wenn wir ihn verletzten. So was? Wir sind nicht verantwortlich für alle schwierige Survivor, die wir sehen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe beschäftigen. Hier, jetzt. Komm schon, Lilly. Es sind Leute. Es sind Leute. Leute versuchen zu überleben, wie wir uns. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu überleben. Der einzige Grund, warum du hier bist ist, weil du Essen hatte. Enough für alle von uns. Aber diese Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht ein paar Monate lefte. Und ich glaube, dass ihr euch keine Gruppe beschäftigen, habt ihr? Um, nein. Okay, ihr seid dann. Willkommen in der Familie, Kind. Komm her an, was ich habe. Was? Was? Nein, ich... Komm her an, okay? Ihr wisst, du glaubst, dass du der Leiter dieser kleinen Gruppe bist, aber wir können unsere eigenen Geräusche machen. Das ist nicht deine eigene... ...Personal-Diktator-Shift. Hey! Ich habe nicht gefragt, um diese Gruppe zu überleben. Jeder war glücklich, dass ich mich verbreiten, wenn es genug ist, aber jetzt, dass es rauskommt, plötzlich bin ich ein Geräusch-Nazi. Es ist egal, wer ist. Die Leute sind jetzt hier. Ich glaube, dass wir nur entscheiden müssen, was passieren. Nein, Lilly! Es ist egal. Eine Person kann nicht in charge von allem. Sie wissen, es könnte sich sicher sein, dass du auf der Bühne sitzt. Aber später oder später, du musst dich entscheiden, welchen Seite du bist. Ich sehe keinen von euch auf, um die schweren Entscheidungen zu machen. Meine Frau hat mehr Balls als alle von dir, combined. Dad, bitte. Warum nicht du helfen, Mark, mit dem Wall? Ich bin nicht leer, wenn ich nicht. Du glaubst, das ist etwas einfacher. Ich glaube, das ist das für mich einfach. Ich bin einfach nicht. Ich bin einfach. Ich bin einfach fertig. Es gibt heute Abend. Aber es ist nicht genug für alle. Gut, das ist das für mich. Ist da nicht so ein Problem? Wie macht ihr das? Tja? Tja, Wie geht's dir, Clementine? Okay. Wo ist dein Hand? Ich weiß nicht. Kannst du mich finden? Sure. When did you lose it? Ich hatte es ein paar Tage vor. Ich versuche, wenn ich es finde, ich werde dir wissen. Danke. Okay, Clem. Ich muss ein paar Dinge beachten. Warum nicht du wieder mit Duck für ein paar Mal? Okay. Give him what I need. Want something to eat? Here, Kenny. Take this. How about my boy? He eat yet? No. Come talk to me once my boy is taken care of. Instead, that he gives it to his son, or that he gives it to his son. Okay, this is my son. Hey, Doc. How about a little food? Here. Yeah. Oh, man. I'm so hungry. Here, Clem. You need something to eat. I love apples. Thank you. Are there more? No, honey. That was the last one. Oh. Um... Enjoy it. You deserve it. Nein, der kriegt nichts. Ja, das ist schon, äh... Will you hold the damn board steady? I'm trying. I... I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you shut up and quit being such a pansy. Hm. So, wen gebe ich was zu essen? Larry? Äh... Hier, Kenny. Oder doch, äh... Der hier oben. Und so, äh... Der hier oben. Hm. Darf ich dich gerade einmal überlegen? Hm. Wer denn? Da oben, ja. Verbrauch. Dank möchtest du mir gerade dich geben? Ich überlege, ob ich's mag gebe. Ich bin. Hier, eat something. Danke, Lee. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Ja, gib uns that thing for a bit. Hier, this should help. Try not to make too much noise. Yeah, yeah, we're not stupid. Come on, Larry. Cut Lee some slack. He knows you're just out to protect Lily. He told me so. Just like he's trying to protect Clementine. He... I just need some food. Going this long without a proper meal will make anybody cranky. I need to keep my strength up, too. Not such an easy job, is it? I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee. Kenny, I know I ran out of food before... Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. Thanks, Kenny. Still, I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out? What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. You're one to talk, old man. Yeah? Well, I don't see you working on that wall. They have something, eh? Ken, Lee! Come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Kajit. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried, but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. What about the other kid? Shit! Guns! The axe! Hurry! Get out of the damn way! Damn it! I have it! Fuck! I got him! Each other kid doesn't kill me! Yeah! At the same time! Well, come here. Get in the eye! Get out of the way! Man, gut, dass er den Kopf getroffen hat und nicht unsere Finger, ey. Was? Er wurde getroffen, und du hast nicht gesagt, was du! Aber er wurde nicht getroffen, ich versuche! Du bist nicht getroffen, Freund, hier kam zurück zur Leben und versucht zu töten meine Frau! Was? Warte, ihr alle nicht wisst? Was zur Hölle bist du? Das ist nicht die Bite, die das macht. Du zurückkommst, egal wie du sterben. Wenn du nicht den Kopf zerstörst, ist das nur was passiert. Das wird alles passieren. Das wird alles passieren. Wir sind alle infectiert? Alle? Ich glaube so. Ich weiß nicht. Alles ich weiß, ist, dass ich jemanden, die ich weiß, nie wurden. Als ich das erste Mal gesehen habe, wir waren alle in einem Gym, und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, glaube ich? Ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat ein paar Pille. A viele von ihnen. Und... jemand ging in die Mädchen, die nächste Morgen, und... Gott. ... 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